Musik So, wir sind jetzt hier. Also hier haben wir mal unser Wohnzimmer, richtig schön, sogar mit dem Fernseher. Dann ist hier so die Küche, ist eigentlich nichts so spektakuläres jetzt. Ja. Hier ist das Badezimmer, wenn man es interessiert kann. Und hier penne halt ich. Wunderschön. Das ist aber ziemlich unaufgeräumt hier. So, es ist Tag 2 und wir fahren jetzt gleich zu unserem ersten Strand. Und ja, ich werde natürlich auch ein bisschen rumfilmen, wie der Strand ausschaut und so weiter. Also bis gleich. Das ist gleich. So, wir sind jetzt hier. Let me, under the sea, under the sea Where are you now? Another dream, that monster's rooted wide inside of me I'm faded, I'm faded, so lost Wait, we are now on the beach And I'm not in my cave And it's just awesome, I'll show you a few pictures So, we are now on a wall and the wind is very strong, so you probably don't hear me well Good, yeah, I'll show you a few pictures Let's go to the beach This is the other side Guys, I found a wild Pikachu So guys, it's the last day and it could not be a better day It's the last day, because it's, you don't see it, but it's really cold And so on 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 It was a very nice trip And yeah, I'm happy to see you next year And so on Even if you're on a kroatian island or something Okay We'll see you again at home So guys, I'm again at home And Yeah, dude I just see a lot of shit I don't know, what's all Okay I hope you liked the video And see you next time Bye Bye.